verteidigt einsatzbereit erwarte befehle gebäude wurde errichtet okay ich könnte jetzt theoretisch balansknechte ausbilden was wünscht ihr entlang oder ich bitte einfach noch mal mehr scharfschützen aus der aria scheint es wenigstens dieses mal jawohl gut verteilt also ja ich muss auf jeden fall gucken dass ich das orklager da irgendwie los werde erwarte euer kommando kämpft verteidigt euch sollte einfach mal mein kriegsschreiben benutzen der natürlich nicht auf die wunde sondern auf meine fernkämpfer geht denen das überhaupt nichts bringt verteidigt euch vorsicht zurück mit euch oh ein adamantium barren die können wir dann dieses mal gleich verkaufen so gehen wir gleich weiter zum angriff da brauche ich mehr aria für da habe ich doch schon genug aria für vorsicht zurück mit euch vorsicht bereits so ist den hauptmann erst weg verteidigt euch vorsicht neunmal nochmal neue hunde mal fünf kleriker bereit für den kampf feinkontakt noch mal fünf kleriker das sind dann zehn das sollte helfen nochmal fünf kleriker das sind dann zehn das sollte helfen dann haben wir nämlich ein paar nahkämpfer das erste können jetzt genug aria sammeln für den feuer das segen verstärkt die verteidigung erwarte befehle erwarte euer kommando und ja dann können wir auf jeden fall die zweite eisenader die hier hinten irgendwo sein müsste erschließen nachdem wir dann verteidigungstürme weiter unten errichtet haben um den pass zu sichern erwarte befehle ja da ist ja noch die sache mit dem greifen zurück mit euch zurück mit euch ja hier ist das zweite eisenvorkommen gleich haben wir auch das aria für die rüste neue fähigkeit verfügbar zeit zu sterben sie schlagen zu erwarte euer kommando zurück mit euch bleibt standhaft zurück mit euch 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 sie schlagen zu kann auch das nächste upgrade hier machen vorsicht sie sind hier ich habe das upgrade hier ja gemacht oder ach auf zwei feinde gleichzeitig nicht auf drei habe ich mal gedacht das wären auf drei okay das zelt da oben kann ich jetzt erstmal herzlich ignorieren genauso wie ich die quelle hier oben ignoriert habe ich habe kleriker verloren kein problem ersetzen wir und die ersten paladine lassen wir mal vom zauber da kommt schon erst wieder ein orkangriff und dann hast sieben angriff kämpft verstärkt die verteidigung wollen wir uns auch wieder ersatz hunde erst einmal weil noch sind die hunde unsere besten nahe kämpfer solange wir nicht genug paladine haben also nicht beste jetzt unbedingt aber die erschwinglichsten ja wohl so einen hätte ich gerne mal noch ja sobald wir dann irgendwann kein jagdbeet mehr haben müssen wir hier eine farm errichten dass wir damit nahrung produzieren also die jäger abkommandieren zum farben bereit für den kampf und als nächstes aria und eisen zusammensperren erwarte befehle erwarte befehle erwarte befehle die menschen stadt aufbauen geht zum glück immer sehr schnell also ich brauche noch aria dann kann ich das upgrade machen so da kommen meine paladine und meine runde da kommt der erste hasim angriff nicht so schön ok jetzt sehen wir uns erst einmal ein stück zurück aber ich habe auch auf das Die Schützen laufen sogar weg. Verteidigt euch! Vakios, erster Hund wurde schon aus dem Leben geschossen. Zoffen! Erwarte Befehle! Vorsicht, sie sind hier! Sind auf Feinde gestoßen! Okay, ein Paladin sogar verloren. Äh, das heißt erstmal das hier. Neue Fähigkeit verfügbar. Und dann brauchen wir mehr Paladine. Die wir jetzt nicht mehr haben, weil wir kein Eisen mehr haben. Oh, jetzt kommt ein Ork-Angriff als nächstes. Zeit zu sterben! Verfügt über mich. Ich habe verstanden. Dort entlang. Gut, der A-7-Angriff ist abgewehrt. Das heißt jetzt den Ork-Angriff. Und dann die Ork-Base. verfügt über mich. Dort entlang. Was wünscht ihr? Ich bin schon auf dem Weg. Bin unterwegs. Verstärkt die Verteidigung! Sie schlagen zu! Verteidigt euch! Sind auf Feinde gestoßen! Vorsicht! Vorsicht! Sie sind hier! Verteidigt euch!